Das sind gleich zwei Schatten. Rush! Ich hoffe, dass ich diesmal angreifen kann. Mach mal Gart. Mood on! Jetzt schaut sich das einer an. Das heißt, ich kann mal probieren, ob er gegen Feuer anfällig ist. Ist er auch nicht. Also den unteren haben wir schon mal gehabt. Unten links oder oben rechts? Ich nehme mal den weißen Löwen. Cerberus. Hä? Hat ein Cerberus eigentlich nicht drei Köpfe? Das sieht mir aus wie ein Chimera und nicht wie ein Cerberus. Aber ich ist leider Hero Fund. Ah, geht in und geht in der Füße. Nein. Tut mir leid. Hey, congrats! Ah, geht weg. wave haben wir weg ein level noch und dann bekommen wir hielen wave nice so da ist wahrscheinlich auch nur eine truhe und ein gegner natürlich natürlich wieder eine goldene truhe aber sehen wir mal den rush ach, braucht man nicht effekt oh, sieht mir aus wie ein phoenix wow, schnell susaku temperance ja, ok muss ich serio weg äh, hauen judgment, ja sehr schön das bekommen wir zwar nicht mehr so viel xp aber unsere sp hat sich geheilt können wir gleich zum feier des tages mediarama machen und dir damit sie auch voll ist und weit geht's nice äh wir gehen aber trotzdem rechts weiter immer rechts gehen nachdem 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 rush auf und die zu blöd sind Dec auf erst mal die an nein nicht gar so und jetzt war schon wieder okay das ist schon last resort wieder eine goldene verdammt nichts status es gibt brauchen wir wieder mediarama dann hier ist nichts man kann nur hier weitergehen her voice is from somewhere no that's not it i just wanted to live peacefully that's it's not a good chance presence is being drowned out please answer snarko-chan don't worry you're on our way to rescue you right now was haben wir erst mal drauf ein neuer gegner jetzt muss ich aber auf einen personen mit blitz wechseln ziong auch wenn du level 35 ist zum ausprobieren reicht es gut jetzt weiß ich zumindest okay blitz ist es wind jetzt muss ich aber darf ich nicht vergessen zu wechseln wieder obwohl eigentlich wenn wir tauti level wäre es wahrscheinlich auch nicht schlecht für für die oberwelt damit wir schneller im tower arkana weiterkommen wenn wir schon so kein tower bekommen wahrscheinlich durch fusionieren schon aber für das hatte ich vorher nicht so viel geld so wieder zwei neue ja deine wisse reflektieren aber bei den anderen bin ich mir nicht sicher okay wie war das jetzt er traint ja der wir reflektiert jetzt starten ja der mit last ist schon mal weg dann haben wir dennoch weg und den müssen wir so ist attackieren nicht gar oder kann ich schon attackieren wieder reflektiert noch immer durch den zauber brauchen wir nicht einfach attackieren schafft ein bisschen unheimlich aus aber nehmen wir natürlich das war zu schnell so 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 ich frage mich wie viele ebenen dass diese dann schon hat weil ich denke mir hat immer es werden halt immer mehr dabei werden das glaube ich gar nicht nicht mehr es bleibt immer bei den sieg zehn bis zwölf ebenen so ja rasch so 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 den haben wir auch noch nicht so skadi empress ein press brauchen wir aber nicht tut mir leid was was kann denn er und rein ne 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 um press brauchen wir nicht ja nun ist geil ich hoffe nur nicht dass es jetzt eine verkehrte position wird ja passt fein heiligweb spekulm ima 5% apeteric nachi en camp sind wir wieder voll was wollte ich jetzt noch machen ja schon was die letzte fertigkeit ist oder ist nicht ihre als ihre vorletzte erlaus you to escape from almost all battles ja dieses almost wahrscheinlich vom bosn eben nicht weiter das ist schon ein größerer ich glaube die werde ich mit feuer attacken weil normal anzugreifen bringt es nicht so viel mit 53 maragion so einiges einfacher taut hier wird jetzt auch schon gelevelt wieder so ein großer russia russia ja miss wieder mal es war auch nicht aktiviert einfach ok die unteren unten rechts beide ich würde mal sagen den komischen wurm nämlich wenn sie möglich ist ja nicht auch also irgendwas nordisches hermit hermit ist der einzige ja brauchen wir nicht muss ich wieder heilen muss ich wieder heilen die kann ja nur die eine attacke neue gegner ok wenn ich anfällig die tische gut die kannst du schon mal angreifen oder auch nicht sieht aus mit buffle auch nicht die 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 weiß ich nicht aber sind die wirklich das heißt ich muss mit magischen angriffen die besiegt ok jetzt muss ich etwas weg nun in der welt protect user von innovation kommt garo das ist ein schwacher windangriff den brauchte ich keiner mehr jetzt muss ich wieder die beiden heilen jetzt bin ich im kreis gelaufen lasst mich nachdenken moment so schauen wir mal ob blitz überhaupt dann fällig ist okay okay nicht rasch doch rasch das war nur ein einfacher konter normal müsste es funktionieren und wie es taut hier gestiegen und seine letzte fähigkeit torrent shot medium physical damage one foe zwei bis drei mal da habe ich ja nicht ich kann ich kann ich kann so maga dina is heavy damage to all foes natürlich geil so so off in the next seven a so this place is nice it's so quiet i wish i could have lived here together with together is he with nalko-chan this isn't good senpai lets hurry on go go not in a take okay danish nein wissen wir jetzt schon nicht die schwäche aber egal aus der sache herauskommt nun ist die sap hier schauen wir daran weil da wird wahrscheinlich nur ein raum mit schatztruhe sein bei dem wissen wir es auch noch nicht feuer und blitz oder und blitz ja okay okay Ah! 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 Ich kann es nicht mehr nehmen! Bleib auf! Soda! Okay! Keiner der beiden hatte Schwächen. Okay, der obenrechte. Ey, es ging so langsam und ich habe es trotzdem verpasst. Death. Ich glaube, wenn wir da richtig rummachen, dann... Ich weiß jetzt nicht mehr, was das kann. Ja, machen wir einfach. Moon ist eh schon verschwunden. Jetzt sind wir am Anfang des Dungeons, oder? Oh! Ja, und jetzt sind wir am Anfang des Dungeons. I'm glad you're back safe. Äh... Äh... Gehen wir draußen zu... Zum Eingang zurück. Und zwar... Passt auf... Erstmal wieder vollheilen, bevor wir es vergessen. So. Und zweitens... Werde ich hier speichern und diese Session aufhören. Und beim nächsten Mal werde ich ein bisschen wieder fusionieren. Mal schauen, vielleicht geht sich sogar der letzte Wunsch von Margaret aus. Äh... Wenn ich den richtigen Level habe. Ich weiß gar nicht, dass sie braucht. Und... Ähm... Ja, auch andere Fusionen, wie zum Beispiel eine stärkere Tau Person oder so. Wäre nice. Also das alles passiert beim nächsten Mal. Jetzt sprechen wir und... Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns auch sechsmal wieder bei Persona 4. Ciao, ciao!